hallo und willkommen zu einem neuen video in eigener sache und zwar erzähle ich euch heute wie die jugendamts mitarbeiterin helen müller geborene schlangenbolz nein schwarz weißen bolz nein schwarzen bolz wie diese frau helen müller unsere vier kinder eingeschüchtert hat um zu verhindern dass sie weiterhin für ihren wunsch eintreten im wechselmodell bei beiden eltern zu leben ich habe euch ja in einem vorigen video erzählt dass diese frau helen müller geborene schlangenbolz nein schwarz weißen bolz nein schwarzen bolz dass diese helen müller eine lüge entwickelt hat auf basis der lügen der mutter unserer kinder dass sich unsere kinder manipulieren würde und sie nicht selbst im wechselmodell leben wollen sondern ich das den eingeredet hätte und dieser lüge ist dann das amtsgericht ulm gefolgt und das oberlandesgericht stuttgart und keinen hat die wahrheit interessiert alle haben gelogen und damit unseren kindern geschadet und auch mir geschadet und diese frau helen müller hat ja im april 2018 diese lüge erfunden dass unsere kinder nicht das wechselmodell wenn ich sie manipuliere und damals war sie dann tatsächlich bei der mutter unserer kinder in unserem gemeinsamen eigenheim und hat dort mit den kindern gesprochen hat sie allerdings nach aussage unserer kinder nicht gefragt ob denn das wirklich so war wie es die mutter dem jugendamt erzählt hat sondern hat einfach nur und das haben mir die kinder erzählt vor den kindern gestanden und ihnen gesagt was der papa da gemacht habe sei nicht gut gewesen man stelle sich vor eine jugendamtsmitarbeiterin namens helen müller vom jugendamt alp donaukreis geht in den privaten raum unserer kinder die sich mit aller macht gegen ihre mutter wehren und sich dafür einsetzen dass sie bei beiden eltern leben dürfen so wie sie es sich wünschen und dann sagt diese frau helen müller die ja angeblich des kindes wohl schützt dass es falsch ist wenn ihr vater sie dabei unterstützt das ist eine pure einschüchterung die sie hier kraft ihres amtes als jugendamtsmitarbeiterin getan hat und vollzogen hat und außerdem hat sie ja damit die kinder vom vater versucht abzuspalten und ihnen klar zu machen der vater sei nicht gut und diese schwarz-weiße sichtweise der auf der frau müller die ja sinnigerweise mal schwarzen bolz hieß und ich habe mich manchmal dabei ertappt dass ich sie fast frau schwarz weißen bolz genannt hätte in verhandlungen angesichts ihrer gut böse schwarz weiß denkweise das ist für kinder doch eine sehr bedenkliche vorangehensweise einer jugendamtsmitarbeiterin warum will diese frau helen müller denn die kinder spalten von ihrem vater der sich für ihren wunsch einsetzt im wechselmodell zu leben und wie kommt die frau müller dazu dass das falsch sei sie hat ja nie mit mir geredet nie mit den kindern darüber was sind die kinder wollen was für die kinder gut ist sondern die frau helen müller die frau schwarz-weißen polz sie hieß ja mal schwarzen polz die hat sich nur dafür interessiert was die mutter gesagt hat hat diese lügen dankend aufgenommen als völlig glaubwürdig dargestellt und dann dem gericht hier eine kindeswohlgefährdung durch mich präsentiert die erfunden war von der frau helen müller man muss sich hier fragen ob denn die frau müller psychologisch vielleicht ein problem hat und ihr amt missbraucht vielen dank fürs zuschauen und wenn ihr keines der kommenden videos verpassen wollt dann abonniert den freifam kanal auf youtube und aktiviert die glocke damit ihr auch sicher alle neuen videos in eurer notification habt und wenn ihr selber ein fall habt in deutschland und problem mit jugendämtern oder familienrichtern habt dann schreibt uns an info at freifam.de dann berichten wir gerne darüber und bitte spendet für freifam damit wir noch mehr fälle an die oberfläche bringen können und die freiheit für familien in deutschland sicherstellen können und sich hier was verändert bei jugendämtern und familiengerichten ihr seht den link im abspann für die spenden und einmal danke fürs zuschauen tschau